Der internationale ADAC Truck Grand Prix am Nürburgring ist das größte Familienfest in der Eifel. Vom 26. bis 28. Juni erleben die Besucher Motorsport, Show und Musik zum Anfassen. Hier kämpfen Truck-Sportgrüßen wie Jochen Hahn um den Truck-EM-Titel. Beim Stuntprogramm auf und abseits der Strecke sorgen Weltstandfahrer mit spektakulären Sprüngen und qualmenden Reifen für packende Action. Das Musikfestival in der Müllenbach-Schleife bietet die ideale Chance, den Tag bei Rock und Country-Music ausklingen zu lassen.